Nicht übel. 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 Ja, es reicht leider nicht mit Overkill. Schade, schade. Ah, der eine Brocken hätte jetzt vielleicht doch gebracht. Okay, die beiden anderen sind ja noch da. Das ist nicht so schlimm. Ich habe extra Punkte übrig gehalten, damit wir den wieder erwecken können. Naja, das hält ja aus, ich klicke mal weg. So, jetzt ist nur der liebe Nil verletzt. Wir müssen sehen, dass wir nächste Runde wieder zuerst dran sind. Sagen wir Stand-Buy. Na, ich hoffe mal wir sind zuerst dran. Ich lasse Alice da jetzt mal stehen. Eigentlich nicht so eine gute Idee. Ist eigentlich auch eine doofe Idee. Alice bewegt sich mal hier hin. Obwohl... Nee. Alice bleibt da stehen. Ach du Scheiße, jetzt kommt er. Ja. Und er ist zuerst dran. Oh nee. Ja, ist klar. Hau die alle weg. Nee. Ich bin ganz gut. Ja, ich bin ganz gut. 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 Wir müssen es positiv sehen. Calvina hat es überlebt. Hat jetzt die Möglichkeit zwei Leute wieder zu erwecken. Einmal Alice. Ganz wichtig. und dann chernini so jetzt stehen die aber alle total dämlich da das heißt er könnte jetzt noch einfach unseren doofen skill machen um ihn hier ein bisschen zu schädigen und die anderen machen dann vielleicht rest aber die stehen auch alle nicht in formation nee das machen wir nicht ich habe eine andere idee obwohl das haut auch wieder nicht hin auch mann das alles mit irgendeinem verbunden nein natürlich nicht hmm standby das würde ich nämlich gerne heilen aber das wird nicht funktionieren weil er zu weit weg steht dann hätte sich alles dahin bewegt aber das ist nil dran der kann nicht egal das bringt nichts standby sonst können wir noch einmal nil wieder erwecken und hoffen dass vielleicht dann auch alles in der formation steht das ist aber leider nicht der fall also können wir zu dritt den in der mitte wenigstens erledigen tja toll ist das nicht meteor impact funktioniert doch mit irgendwas zusammen mit double edge dann haben wir wissen noch ein weniger da genau denn denn das 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 da bringt fast gar nichts tja und dann nächste runde aha okay das war offensichtlich nur ein kampf wo wir eine bestimmte anzahl von runden durchhalten mussten ja und wir haben immerhin zwei hußwarze gekillt dadurch brachte das jetzt eine ganze menge erfahrungspunkte schade ich hätte gerne ein overkilled ich weiß nicht was die für nette items dann droppen aber so muss ich mich jetzt mit den erfahrungspunkten zufrieden geben ist auch nicht schlecht level waren das jetzt drei oder können wir direkt mal ein bisschen ability steigern ja 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 und hier nehmen wir dann doch stärke Ich nehme deshalb bei Neil Luck, weil ich glaube, dass Luck auch hilft, Sachen zu klauen. Neil ist ja einer, der Sachen klauen kann. Das ist ja merkwürdig. Also, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist alles für euch. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin auch froh, dass Arzest gerade mal eben sein Schwert hochgehoben hat und nicht zugeschlagen hat. Denn in diesem einen Angriff hat er uns ja schon ganz schön fertig gemacht. Aber warum hat er uns nicht getötet? Da bin ich mal sehr gespannt. Und... Es ist wirklich... Es ist nicht sicher, dass ich mich nicht befreundet habe. Es ist nicht sicher, dass ich mich nicht befreundet habe. Wenn wir hier in der Lage sind, dann wird das Problem wiederum. Ich muss schnell wegzunehmen. Ich muss mich nicht erinnern. Aber wie ist die Leute, die Stadt? Ich bin mir sicher, dass ich es. Ich kann es nicht mehr so sagen. Ich kann es nicht mehr so sagen. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ich bin sicher, dass ich mich nicht so gut bin! Meine Frau! Alex, danke! Ich bin hier! Bitte kommen Sie hier! Ach so! Chibi! Ich werde nie sterben! Das ist doch egal! Ihr lässt uns jetzt einfach abhauen, oder was? Ja. Wenn du das machst, dann geht's doch nicht. Ich... ich bin nicht so schade. Ich bin so zu dir, dass du dich vorst. Das ist ein Schmuck, Arzesto. Nein, das ist ein Schmuck. Sie fragt sich, warum Arsest uns hat leben lassen. Ich kann nicht nur sagen, dass ich mich nicht verletzt habe. Wenn du, wenn du, wenn du gehen kannst, dann lass dich weiter. Du bist so nett. Du bist so nett. Du bist so nett. Oha, selbst die Dorfbevölkerung wird verschont, die uns ja offensichtlich die Flucht ermöglicht hat, aber die beiden haben wohl Wichtigeres zu tun. Das ist ein Wichtigeres zu tun. Hier ist Findersth. Die Leute haben auch ein sehr wichtiges Wichtigeres zu tun. Sie können nicht die Wichtigeren zu verbreiten. Das stimmt. Also, es gibt noch andere Tiere, aber es ist egal, aber es ist egal, aber es ist egal. Es ist egal, es ist egal. Ich gebe es. ja vielleicht war er doch noch ein fünkchen güte in asist oder so dass er uns hat leben lassen ich ganz verstehe ich es immer noch nicht auf jeden fall werde ich jetzt erstmal abspeichern denn alles in allem sind die beiden kämpfe hier ganz gut gelaufen klar man kann immer noch mehr rausholen wenn das jetzt perfekt machen will kann man die kämpfe noch drei vier mal versuchen und dann läuft das irgendwann besser